Ja hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Robins Finanzwelt. Ja, heute ist es soweit, heute kommt die Nvidia Aktie dran. Ihr habt hier auf den Community Tab abgestimmt, dass Nvidia drankommen soll. Sie war hier sogar sehr, sehr deutlich vorne mit über 55%. Immer gern im Community Tab vorbeischauen, da biete ich euch die neuesten, spannenden Abstimmungen für die nächste Analyse und ihr bestimmt, was auf dem Kanal drankommt. Weil ihr seid ja hier auch die Zuschauer, beziehungsweise mich interessiert, was ihr gerne sehen wollt und deswegen immer fleißig abstimmen und dann könnt ihr die nächste Analyse natürlich hier gerne mitbestimmen. Heute aber hier eben die Nvidia Aktien Analyse. Wir schauen uns hier die wichtigsten Themen an, gehen auch so ein bisschen auf die aktuellsten News und auf den Newsflow zu Nvidia ein, dann auf die wichtigsten Zahlengebiete und schauen uns auch den Chart wie immer zusammen an. Ja und bevor wir jetzt hier starten, würde ich mich natürlich mega freuen, wenn ihr bei meinem Kanal ein Abo da losst, um hier kein Video mehr zu verpassen und auch die Glocke zu aktivieren. Das Ganze ist für euch natürlich kostenlos und würde mich echt mega unterstützen. Und dann würde ich sagen, wir starten jetzt auch schon direkt hier los mit dem aktuellsten Newsflow zu Nvidia. Ja und die News waren hier eher so ein bisschen negativ, es gab jetzt aber so ein bisschen kleine Aufhellungen und wir schauen jetzt mal, was hier aktuell so ein bisschen geboten ist. Ja, man hat ja hier die US-Exportbeschränkung gehabt für die Chips eben von Nvidia. Das Ganze ist aber besser geworden, also das bessert sich jetzt wieder. Man hat hier, oder die Regierung hat ein 50 Milliarden schweres Paket geschnürt und man präsentierte jetzt auch zudem eine neue GPU. Ja und man zeigt sich hier wieder ein bisschen optimistischer. Man hat hier am Donnerstag letzte Woche angekündigt, neue Versionen der Grafikkarten anzubieten. Auf Twitter hat hier Nvidia auch auf das Projekt Beyond aufmerksam gemacht. Wahrscheinlich bezieht man sich da so ein bisschen auf ein Update der GeForce RTX 40 GPU, die vermutliche Teil der Low-Lays-Reihe sein werden. Ja, also das heißt, hier ist was Neues geplant seitens Nvidia. Wir haben zumindest hier ein, ich nenne es mal, Entlastungspaket mit 50 Milliarden Euro. Aber wir haben auf der anderen Seite auch die Exportbeschränkungen. Also es ist gerade so ein bunter Mix. Dazu kommen natürlich auch noch so ein paar Risiken und auch was die Zahlen betrifft. Die Zahlen wurden ja in den letzten Wochen veröffentlicht. Man muss sagen, man hat hier eine einbrechende Kryptonachfrage. Die schwachen PC-Vorkäufe und hohe Preise für die alternde Grafikkartengeneration haben hier zum Umdenken so ein bisschen gezwungen. Mit einer Abschreibung auf die Lagebestände in Höhe von 1,22 Milliarden Dollar wurde den Veränderungen bei der Nachfrage und Fehlern bei der Preisbildung so ein bisschen entgegengewirkt oder begegnet. Und das hat die Bruttomarge hier im Q2 auf 45,9 Prozent gedrückt. Üblich waren hier in den vergangenen Quartalen tatsächlich 67 Prozent. Was natürlich auch schon sehr, sehr stark ist, aber es ist ein enormer Rückgang von 67 auf 45,9 Prozent. Im Earnings Call hieß es seitens Nvidia, man glaubt, dass hier die langfristige Bruttomarge weiter intakt ist, also das Profil der langfristigen Bruttomarge. Und die Abschreibung war sozusagen eine Gelegenheit, angesichts der makroökonomischen Bedingungen für die Größe des Angebots das Ganze eben hier anzupassen. Niedrige Verkäufe an Händler sowie auch Preisanpassungen hier im laufenden Quartal sollen zudem die aktuellen hohen Lagebestände an den alten Grafikkarten weiter leeren, um Platz einfach für die nächste Generation zu schaffen, die hier Ende des Jahres eben erscheinen wird. Man geht davon auch aus, dass das alles dazu beiträgt, dass man im nächsten Jahr wieder in einer guten Verfassung ist. Also der Ausblick, der langfristige Ausblick soll hier weiter positiv sein, aber er wurde gerade, muss man schon sagen, kurzfristig ein bisschen eingetrübt. Und deswegen schauen wir uns jetzt hier natürlich auch den Kurs an. Der geht schon seit einigen Wochen und Monaten bergab. Wir kommen hier von einem Allzeithoch von 296 Euro, stehen jetzt aktuell nur noch bei 131,56, waren hier auch auf einem absoluten Tief unterwegs. Man muss jetzt schauen, wo sich hier die nächste Bodenbildung auch bildet. Nach oben hin ist der nächste klare Widerstand hier an der 50-Tage-Linie und im langfristigen Bereich gesehen wartet dann die 200-Tage-Linie. Aber ich glaube, es wird erst mal hart genug sein, hier die 50-Tage-Linie zu knacken. Man muss jetzt erst mal abwarten, wo sich hier so ein gewisser Boden bildet und schauen genau, wo sich das Ganze hier kurstechnisch auch einpendelt. Könnt mir ja gerne mal unten in die Kommentare schreiben, ob ihr ein Video in eurem Depot habt, ob ihr vielleicht jetzt sogar aufgestockt und nachgekauft habt. Wie gesagt, ich glaube, die langfristigen Perspektiven, die sehen an sich sehr, sehr gut aus. Man muss aber schauen, wie es jetzt hier weitergeht. Wir haben einfach gerade so ein paar Problemchen, die sich hier drum kreisen. Jetzt gehen wir aber mal wieder auf das Kurzporträt hier zu Nvidia ein und so ein bisschen nach dem Umsatz, nach Geschäftsbereich und nach Region. Ja, Nvidia kennt, glaube ich, jeder. Sie sind hier weltweit führend in Designentwicklung und Vermarktung von Grafikprozessoren und man entwickelt ja dazu auch die dazugehörige Software und der Umsatz verteilt sich wie folgt einmal auf die Graphics mit insgesamt 59% Anteil und auch einem Plus im Vergleich vom Vorjahr von 61%. Das ist trotzdem noch ein richtig starkes Delta mit insgesamt 15,8 Milliarden US-Dollar Umsatz und danach kommt Compute Networking mit 41%. Also es teilt sich eigentlich relativ gleichmäßig auf und auch hier haben wir einen Plus von 61% im Vergleich zum Vorjahr auf 11 Milliarden US-Dollar circa. Der Umsatz nach Region ist ja auch ganz, ganz klar, ist hier Taiwan und China. Hat damit zu tun, dass natürlich einfach dort auch die Chips hergestellt werden beziehungsweise die ganze Chip-Thematik und Grafikprozessoren, da sind wir einfach hier in der Region von Taiwan, China und Co. United States kommt ja tatsächlich erst an letzter Stelle mit 16,2%. Wenn wir uns aber mal das Delta zu den Vorjahren anschauen, dann haben wir hier überall ein richtig deutliches Plus eingefahren. Allein in Taiwan ein Plus von 88%, in China von plus 82% und deswegen ist ja auch gerade das Thema jetzt bezüglich der, ja, Exporte beziehungsweise Exportbeschränkungen, die ausgesprochen wurden, hat man hier dieses 50 Milliarden schwere Paket auf den Weg gebracht, aber ich glaube, es könnte trotzdem für dieses Jahr noch erhebliche, ja, Einschränkungen geben und weil man auch sieht, dass Taiwan, China und Co. hier den meisten Umsatz ausmachen nach Region und United States, wie gesagt, erst mit 16,2%. Und auch Taiwan und China haben sich hier deutlich erhöht von den Regionen beziehungsweise zum Vorjahr und United States ist zwar auch um plus 35% gewachsen, aber trotzdem jetzt noch mit größerem Abstand sogar wie im Jahr zuvor. Um Zahlen zu sprechen kommen, möchte ich euch ein richtig cooles Tool vorstellen beziehungsweise eine Website von Canwell. Hier könnt ihr Geschäftsberichte beziehungsweise auch Quartalsberichte zu den ganz, ganz vielen US-amerikanischen Aktien runterladen und auch zu weltweiten Titeln. Ihr könnt hier nach verfügbaren Unternehmen suchen, auch nach dem Stock of the Week hier, in dem Fall Waste Management zum Beispiel. Ihr könnt euch hier die Report-Analyse anzeigen, ihr habt hier die Sentiment-Anzeige und ihr könnt quasi auch hier mit richtig coolen Tools vergleichen, inwiefern die Ähnlichkeit in den vorangegangenen Jahren hier stattfinden beziehungsweise wie ähnlich hier die Geschäftsberichte mit den Vorjahren übereinstimmen, weil hier gibt es einfach auch Punkte, wo man sagt, wenn hier die Ähnlichkeit nahezu 100% ist, dann ist auch die Renditeerwartung hier höher. Und ihr könnt hier mit einem Blick schauen, zum Beispiel jetzt hier bei Waste Management, wo liegen die Risiken des Geschäftsjahres. Also hier zum Beispiel im ESG-Bereich waren hier erhebliche Schwierigkeiten und hier könnt ihr sofort mit einem Blick die Risikofaktoren des Unternehmens ausbilden. Ihr habt ja auch die Grundangaben des Unternehmens und ihr habt eine richtig coole Sache dabei, gerade wenn ihr hier eben Premium-Mitglied seid, dann könnt ihr den sogenannten Unternehmensfinder benutzen und die New Topic Search. Das heißt, bei der New Topic Search könnt ihr eben Unternehmen finden, die im aktuellsten Report über ein Thema eurer Wahl sprechen, das vorher einfach nur selten vorgekommen ist. Wir können hier jetzt zum Beispiel auch das Thema Finanzen eingeben und dann liefert er uns hier auch schon die aktuellsten Suchergebnisse beziehungsweise welche Unternehmen sich hier mit dem Thema Finanzen auseinandergesetzt haben in den letzten Berichten. Beim Unternehmensfinder ist das Ganze auch richtig cool. Ihr könntet zum Beispiel das Thema Haustiere nehmen und dann zeigt es euch Unternehmen auf, die vielleicht ihr gar nicht im ersten Moment auf dem Schirm habt und könnt somit Unternehmen finden, die hier mit dem Themengebiet zu tun haben, aber vielleicht noch so ein bisschen unter dem Radar fliegen. Also es lohnt sich auf jeden Fall vorbeizuschauen. Ich werde euch unten in meiner Videobeschreibung oben den Link da zur Seite von Canwell hier verlinken. Also gern mal draufklicken, vorbeischauen und wie gesagt, man kann wirklich sagen, das Premium-Abo lohnt sich, weil man hier ganz, ganz viele wertvolle Infos ziehen kann und hier mit dem Unternehmensfinder, wie gesagt, Unternehmen finden kann, die vielleicht auch hier unter dem Radar fliegen. Also gern unten vorbeischauen und wenn ihr Fragen habt, gern unten in die Kommentare schreiben. Und jetzt schauen wir uns eben hier auch die Bewertungen und die Kennziffern zusammen an. Ihr habt es ja eben gerade gesehen. Wie gesagt, Canwell wirklich ein richtig cooles Tool. Schaut unten in der Videobeschreibung vorbei und testet das Ganze aus. Kann ich euch wirklich nur empfehlen. Und da springen wir jetzt eben weiter hier auch auf die Bewertungen. Wir haben dieses Jahr hier ungefähr einen Marktwert von 571 Milliarden stehen. Nächstes Jahr nur noch bei 300 oder jetzt planmäßig dann bei 326. Also man sieht ja den deutlichen Rückgang auch aktuell. Und auch die Dividendenrendite, die soll ja leicht ähnlich sein beziehungsweise erst mal zurückgehen, nächstes Jahr aber dann wieder auf das alte Niveau ansteigen. Man muss jetzt einfach schauen, natürlich hat auch der Marktwert und die Marktkapitalisierung mit dem aktuellen Kurs zu tun. Kurs ist gefallen, Marktkapitalisierung ist gefallen, hängt natürlich im hundertprozentigen Zusammenhang. Dann schauen wir uns aber jetzt hier auch die Ergebnisentwicklung in den Jahreszahlen zusammen an. Und das ist auch sehr, sehr spannend. Und zwar, wenn man hier schaut, wir sind im Jahr 2021 bei 16,6 Milliarden gestanden. US-Dollar 2022 bei 26,9. Also trotzdem hier die Steigerung. 2023 soll man dann bei 27,1 Milliarden stehen. Also stehen. Man sieht also eine deutliche Verlangsamung. Aber bis 2025 soll es dann hochgehen bis auf 37,3 Milliarden circa. Auch das EBITDA soll bis 2025 auf 13,2 Milliarden steigen. Ist natürlich alles immer so ein bisschen die Glaskugel. Wenn wir uns auch mal den Gewinn pro Aktie anschauen, dann soll der hier eben auf 1,82 runtergehen, aber dann bis zum Jahr 2025 wieder deutlich ansteigen auf 4,09. Und das Gleiche auch mit der Dividende. Die soll jetzt erst mal konstant gehalten werden und ab 2024 dann auf 0,18 US-Dollar angehoben werden und im Jahr 2025 bis auf 0,19. An sich sehe ich aber für die Branche langfristig auf jeden Fall gute oder sehr, sehr gute Perspektiven. Und das Ganze schauen wir uns jetzt auch hier in den Quartalszahlen zusammen an. Hier, wie gesagt, dürft ihr euch nicht beirren lassen mit 2023. Hier geht es nach den Quartalsergebnissen oder nach den Jahresabschlüssen von Nvidia. Deswegen sind wir hier schon im Q2-223 rechnerisch. Wir haben hier einen Umsatz von 6,7 Milliarden und planmäßig im Q4 6,2 Milliarden. Und da sehen wir auch schon den deutlichen Rückgang. Wenn wir uns das Q4 im Vorjahr anschauen, hatten wir 7,6 Milliarden zu Buche stehen. Jetzt, wie gesagt, nur noch 6,2. Aber das soll dann planmäßig, wie gesagt, die nächsten Monate und Jahre wieder vorwärts gehen. Man sieht hier oben auch ganz gut, also wenn man sich das mal in der Grafik zusammen anschaut, dann sieht man auch diesen Rückgang hier in allen Bereichen, also von Nettomarge, Umsatzrendite und auch den Umsatz selber. Man möchte aber dann wieder stetig nach oben ansteigen. Wie gesagt, muss man einfach schauen, was das Ganze jetzt mit sich bringt. Und schreibt mir, wie gesagt, gerne unten in die Kommentare, ob ihr ein Video an eurem Depot habt. Dann würde mich weiter interessieren, welche Aktien wünscht ihr euch? Schreibt es mir unten in die Kommentare. Schaut immer im Community-Tab vorbei. Da werde ich heute wieder die nächste Abstimmung bringen. Bin ich wirklich mega gespannt, für welche Aktie ihr euch entscheidet. Ich lasse euch immer die Wahl aus drei verschiedenen. Wenn mal das Ergebnis wirklich knapp ist, dann kommen hier auch beide dran. Und es ist ja für die Zukunft auf jeden Fall nicht ausgeschlossen. Deswegen immer gern vorbeischauen. Und wenn euch mein Video und mein Kanal jetzt gefallen hat, dann lasst doch an dieser Stelle gern hier ein Abo da und aktiviert auch die Glocke, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. Und das Ganze ist für euch natürlich kostenlos und ihr unterstützt mich damit ungemein. Würde mich mega freuen an dieser Stelle. Ja, das war es von meiner Seite. Ich wünsche allen einen schönen Tag. Ich freue mich aufs nächste Video und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.